In diesem Video zeige ich auf zwei Arten, wie man Lampenschirme aus Babmaschee selber machen kann. Dazu brauchen Sie vor allem Toilettenpapier. Eine bis zwei Rollen, schwarze Farbe, Kleisterpulver, Goldfarbe, einen Schwamm, einen Tauchmixer, einen Eimer, Sieb, Geschirrtuch, für den ersten Lampenschirm einen großen Ballon, für den zweiten eine große Schüssel. Und los geht's! Das Toilettenpapier einfach ins Wasser tauchen, die innere Papierrolle herausnehmen und das Ganze grob zerpflücken. Danach gründlich mixen. Nun wird durch ein Geschirrtuch das meiste Wasser aus dem Papierbrei ausgepresst. Es muss genug Feuchtigkeit noch in der Papiermasse bleiben. Pro Toilettenpapierrolle ca. 3 Esslöffel Tapetenkleister hinzufügen. Nun etwas schwarze Farbe hinzufügen. Ich habe Acrylfarbe genommen, aber Sie können gerne auch andere wasserlösliche Farben oder Pigmente verwenden. Danach alles ordentlich durchkneten, mindestens 20 Minuten stehen lassen und wieder durchkneten. Nun wird die graue Pulpe auf dem Ballon gleichmäßig verteilt und geglättet. Die Schicht sollte ungefähr 5-8 mm dick sein. Bei diesem Lampenschirm habe ich den Rand absichtlich franzig gelassen. Damit die Lampe später aufgehängt werden kann, muss natürlich für die Lampenfassung eine passende Öffnung gelassen werden. Jetzt die ganze Arbeit gut trocknen lassen. Das kann bei Zimmertemperatur 5-6 Tage dauern. Dabei verändert sich auch die Farbe. Nach und nach wird die Abformung deutlich heller als im feuchten Zustand. Den Ballon vorsichtig herausnehmen oder einfach platzen lassen und die Abformung noch einen Tag liegen lassen, damit die auch von innen komplett trocken ist. Jetzt kann man der Lampe einen schönen Akzent setzen, indem man eine Seite vergoldet. Ich mache es von innen mit Maya Gold, aber es gibt viele andere Metallic Farben, die auch gut geeignet sind. Am besten funktioniert das, wenn Sie die Farbe mit einem Schwamm vorsichtig auftupfen, dabei nicht zu viel Farbe auf einmal auftragen. Jetzt braucht man nur noch eine passende Lampenfassung. Die können Sie in beliebigen Ausführungen kaufen. Ich habe hier einfach eine günstige schwarze Plastik-Lampenfassung etwas mit dem Gold veredert. Nun ist die erste Lampe fertig zum Aufhängen. Und so sieht sie am Ende aus. Bei dem zweiten Lampenschirm gehen wir ähnlich vor. Nur anstatt eines Ballons benutzen wir zum Abformen eine große Schüssel. Zunächst wird die Schüssel von außen leicht eingefettet, zum Beispiel mit Melkfett, damit die Abformung sich später davon leichter lösen lässt. Dann wieder die graue Papiermasse auf der Schüssel gleichmäßig verteilen, mit den Händen andrucken und glätten. Unten dieses Mal den Rand gerade abschließen lassen. Und wieder eine passende Öffnung für die Lampenfassung rein schranzen. Die Abformung muss jetzt wieder ungefähr eine Woche trocknen. Dabei kann man wieder beobachten, dass sie immer heller wird, aber auch sehr stark schrumpft, was bei Pappmaché normal ist. Wenn sie gut durchgetrocknet ist, lässt sie sich relativ einfach von der Schüssel lösen. Nun kann man wieder eine Seite der Lampe schick vergolden. Dieses Mal habe ich mich für die Außenseite entschieden. Die zweite Lampe ist jetzt auch fertig. Viel Spaß beim Ausprobieren! Und wenn Ihnen diese Anleitung gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Bis demnächst!